Was in dieser Folge geschehen wird? Der Typ ist ein Biest, Digga! Ja, das ist der Typ, der auch zu sterben! Du bist ein Trash, Kind! Du bist ein Trash! Du bist ein Trash! Komm, 1v1 me! Komm, 1v1 me! Komm, 1v1 me, dann, Kind! 1v1 me! Oh! Oh! You got shit, dog! Monkey! Schade! Ja, also wer denkt, dass Pepper fair ist in diesem Spiel, ist aber auch wirklich grenzstabil. Ah! Nein, der machte! What?! Sag mal, wollen die mich verarschen?! Aber du kannst mich hier, glaube ich, reviven. Was machen die denn jetzt? Warum kommen die Arschlicher denn jetzt?! Digga, so unnötig! Einfach so unnötig! Digga, die größten Bots, ey! No! I don't mean to grapple! Look, he's insane! He's gonna kill me! He's gonna kill me! He's gonna kill me! I need to kill him for this! Use a C4! Das ist cheating in Nata. Look! My Ramp-Din-Place! My Ramp-Din-Place there. I'm just gonna ramp, then edit, and then kill him. Top 26. I just lost. You got shit up. Did they mend on us? Yeah, it's too on me. Fucking hell, Royce Control. I'm dead. They have no mats. Bro. Told you it's control. What can I do? I've been dead. Yeah. Oh mein Gott, Digga. Der Typ. Der Typ. Perfekt. Der Typ ist ein Biest, Digga. Der Typ ist ein Biest, Digga. Der Typ ist ein Biest, Digga. Ich war, ich war, ich war direkt Waffe, ich hatte direkt eine Waffe, aber er hatte direkt, noch direkter. Ich bin ein bisschen gedulden, Moment, ich bin gerade dabei. Ich kann nicht schießen, sieh! Mori! Nein, nein. Warte. Kloid, Spieler, dich gut, ein Kloid, Spieler. Du weißt ja, wer Kloid ist. Du weißt ja. Kloid ist, drängt sich gerade die Null. Ja. Eins hat nichts zu holen, du weißt, das ist ein Kloid. Ich glaube, das schlägt. Ich wurde schon links gefümmert. Das ist ein Kloid. Das ist extra für deine Community, weil die gerade hier ist. Das ist ein Todficker. Ich bin ein Kloid. Ich bin ein Kloid. Oh, mein Gott, Mann. Was war das für ein Launchpad? Get the fuck out me! Oh there was another guy in the fucking window behind me! BG's HAN SIDER IN FUCKING KONE DEN BUSCHERØV Ok, ich hab auch schon gesagt in der Kone Näh, alligevel, alligevel, alligevel Ich spiller so safe man Ich hab auch schon gesagt, dass Nähne Wク 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 Musik Ja, jetzt ein No-Scope gehinten, Junge, das wäre zu billig Oh, verwirrt es, der Pickaxe, Pickaxe Hack den Pickaxe aus, boh Wer es auch flexen kann, muss pickaxen Schön gespielt, Majoris GG Hintert nochmal mit Attack, 62er Auf Shield, kriegt selber einen Hit Oh, da kommen die White jetzt Jetzt wird es interessant Er ist also gut am flexen hier, der Captain Majoris Oh, der Fake-Ende von hinten hat er ihn hops genommen Ja, leck mich da am Zückerli, schön gespielt GG Jetzt muss ich bereit machen Keck weh Ich brate mich aus einem Gramm Die Die Mariory Season für die Follow I bet This is the guy I died to Yeah, he's the guy I died to You're trash Kid You're trash You're absolutely trash Come on 1v1 me Come on 1v1 me then Kid 1v1 me 1v1 me then Kid 1v1 me Right now Right now 1v1 me kid 2v1 me 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 5v1 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 me Ich bin in love, Sam. Was ist ein Hardcast? Ich bin mit den Faden. Ich bin mit den Faden. Ich bin mit den Faden.